So, in meiner Stadt ist es recht ruhig gerade. Also nächstes Barrow. Sieht so aus, als hätte die Embassy schon ihren Dienst getan und alles vollgestopft. Habe ich ne Warrior Guild verloren, dass die immer noch so günstig ist? Scheint nicht der Fall zu sein. So, nächstes Barrow. Das da unten nehme ich als letztes. Damit ich erst die oben loswerde. Und ich könnte mal ein bisschen nachhelfen. Ich versuche es nochmal mit einem Gate. Oh, das Gate hat sogar geklappt. Das ist aber auch bitte mal weg. Und der da ist irgendwie mächtiger, habe ich das Gefühl. Ja. Ich versuche deine Mandate zu einfachen. At last. So. Huh? A new hero has arrived at the Embassy, my liege! I deem your mandate just. I have. Kommt, dass ich schneller wieder meine Helden beisammen habe. Ach ja, und hier oben einen... Oh, da hat sich der... ein Warrior of Discord reingeschlichen. Okay. Komm, du brauchst ein bisschen Mut, Kumpel. Und wir sind kurz gut in der Zeit. Also ja, irgendwie so scheint es zu klappen. Ich habe aber meine Statue verloren, merke ich gerade. Und scheinbar auch meine Fontäne. Hier, ihr kriegt ein bisschen... Pass ab. So, Zwerge. Kitty! In the name of the sovereign! Energies of light! In the name of the sovereign! Also ja, anders würde diese Mission nicht gehen. A new hero has arrived at the Embassy, my liege! In the name of the sovereign! In the name of the sovereign! In the discord warrior! In the discord warrior! In the cultist! Ranger, Heiler... Ach, das sieht ganz okay aus. So, wir haben Zwerge. Take that! Take that! Das heißt, wir können ein bisschen uns absichern. Tch! 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 Wir haben nur noch drei Barrows, die zwei da oben. Und den Dauern. Da sind wir... Haben wir die Mission geschafft? Na, Gott sei Dank. Na, du kannst ruhig die Wild Spirit joinen. Na, da kommt eine ganze Truppe Helden. Lass ja nicht meine Heldentruppe endlich mal. Ach herrje. Okay. Genau, pustet die... Pustet die Golems weg. War das einer von meinen Wizards hier? Ja, war er. So, einmal noch. Das dürfte dann endlich reichen. So, und... Dich knackst ich schon mal an. So, wenn ich das noch einmal da drauf spreche, dann dürfte ich's geschafft haben. Da bräuchte ich nicht mal mehr. Um... A new hero has arrived at the embassy, my liege. In the name of the Sovereign. Ja, ich muss so drauf hoffen, dass meine Kampftruppe hier es schafft. Und... Das Ding auszuschalten. Ich kann Medusen versteinern. Yay. I serve with pleasure. Kommt, ich belebe mich mal wieder. Da das hier oben ein bisschen zu dauern scheint. Versuchen wir's nochmal mit nem Gate. Mann, ich hatte ihn doch gerade. Mmm. Oh. ja genau schaltet das vier aus und dann macht das teil kaputt es kommen eigentlich genug helden an die mithelfen wollen so jetzt muss ich nur noch warten bis das hier wieder aufgeladen ist und damit habe ich eigentlich gewonnen ernsthaft okay dann warten wir bis es nochmal aufgeladen hat hier fehlen mir ein paar und in der gilde fehlen mir wahrscheinlich ein paar letztes zerstören das ist das da unten dafür brauche ich nur einen earthquake oder das gut your heroes have recovered many amazing artifacts including stoneback shield of might the energies of this powerful shield have thrust the corrupt spirit of the anvil back into the ether already word is spreading from village to village of this great feet gucken wir mal statistics golden total gold mehr also ich habe glaube ich so mindestens 15 mal den sheet benutzt ja aber anders ging es nicht raus hier ich habe die mission geschafft ja die wir sind es geschafft man darf nur noch wünsche vor fallen hier und spires of death ich habe aber heute gerade irgendwie keine kraft mehr nochmals irgendwas anzufangen wir sind ja auch schon wieder eine stunde drin wir gucken aber mal ganz kurz wie die mission das beschreibungen sind das zweite abomination des lifts in the hills keine fairgrounds ist okay keine sources of boats magic bazaars outposts guilds or temples can be built das heißt ich muss mit dem klarkommen was ich habe ich kann marktplatz und schmiede bauen das heißt ich kann meine leute mit tränken und so unter und ausrüstung unterstützen aber ich muss mit dem leben was ich habe gut das ist das eine und spires of death das klingt nach einer schwierigen quest also die schwieriger wird je weiter ich komme aber es klingt auch nach einer quest die mir zeit lässt also ohne dass ich über dass ich ein zeitlimit habe das heißt das wird wahrscheinlich die quest sein die wir als letztes machen vorher werden wir die quest versuchen ich finde es lustig dass da auch arbeiter mit abgebildet sind bei dem symbol da aber ja wir haben die mission endlich geschafft ich bin zwar nicht wirklich stolz darauf wie ich sie geschafft habe aber immerhin musste ich nicht den du gewinnst sofort steht benutzen aber gut jetzt erstmal ein cut bis gleich 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 und Vielen Dank.